Umgang mit Beklemmungen anderer Vielleicht erlebst du, dass jemand in deiner Umgebung beklemmt ist. Ihm liegt irgendwas auf dem Herzen, irgendwas führt dazu, dass er nicht offen ist. Irgendetwas. Was kannst du tun? Du könntest dein offenes Ohr anbieten. Du könntest sagen, du, liegt irgendwas vor? Willst du mit mir sprechen? Eventuell sagt der Mensch etwas. Eventuell will er nichts sagen. Dann solltest du nicht dringen. Eindringen und den Menschen irgendwie bedrängen, sondern respektiere es. Menschen haben Sorgen. Menschen haben Beklemmungen. Das gehört zum Menschsein dazu. Du willst vielleicht das Leiden aller reduzieren, aber du kannst nicht das Leiden aller Menschen wegnehmen. Und du musst auch nicht übermäßig neugierig sein. Respektiere andere. Liebe sie. Schicke ihnen Gebete. Schicke ihnen Lichtenergie und lasse los.